Fußball, Radio Schelsig. Ja, auch in der Spielzeit 23, 24 werden wir wieder den Podcast an den Start bringen. Aber diesmal ist er etwas anders als sonst. Ja, wie anders? Hört am besten rein in die siebte Ausgabe vom Fußball, Radio Schelsig, der Podcast. Mein Name ist Daniel. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Fußballfreunde. Wir schalten nun um in die Viktoria-Kampfbahn nach Köln-Höhnberg. Hallo Viktoria, wie ist die Stimmung? Herzlich Willkommen zur siebten Folge beim Fußball, Radio Schelsig, der Podcast. Heute kompletieren wir unser Reporter-Team und somit war Daniel heute ausnahmsweise mal zu Gast. Mit ihm habe ich über seinen Weg zur Viktoria gesprochen. Außerdem haben wir uns den Kader unserer Viktoria mal etwas genauer angeguckt und er erzählte uns noch etwas über die Anfänge des Podcasts. Alles in der siebten Folge vom Fußball, Radio Schelsig, der Podcast. Ich bin Felix und viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Daniel. Ich begrüße dich zur siebten Folge vom Podcast und freue mich, dass auch du nun endlich als Gast hier bist. Ja, danke Felix für die Einladung. Ich freue mich auch. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal direkt und vielleicht kannst du ja uns erst mal erzählen, wie du überhaupt zur Viktoria gekommen bist. Also wie ich gekommen bin, war ganz einfach. Also als kleines Kind natürlich mit dem Vater, wie ich geblieben bin, ist vielleicht eher interessanter, weil irgendwann mal hat mein Vater keine Lust mehr gehabt, zu Viktoria zu gehen und ich hatte dann halt dann gesehen, ja, da war ich damals glaube ich so 13, 14 gewesen, dass die Viktoria Freundschaftsspiele hatte, auch gegen interessante Gegner damals, gegen belgischen Erstligisten. Ja, da habe ich mir die Viktoria mal angeguckt und dann bin ich da hängen geblieben. Also das war dann halt weniger wegen meinem Vater, sondern danach habe ich dann selber Lust gehabt und selbstverständlich auch dann nette Leute kennengelernt. Also du bist wirklich so der Fan seit Tag 1. Hast du da vielleicht auch noch ein, zwei besondere Spiele, die dir besonders im Kopf hängen geblieben sind? Oh, ja, das sind natürlich einige Spiele im Laufe der Jahre, sind gekommen, also so Spiele in den 80er Jahren gegen Rot-Weiß Essen oder gegen den MSV Duisburg, wo bei uns dann damals die berittener Polizei im Stadion war. Das war nicht so lustig, weil die Duisburger die Steinplatten rausgehauen haben. Da hatten wir 3-1 gegen Duisburg gewonnen, klares Ziel, zweite Liga und eine Woche später spießigen Tabellenletzten, Basweiler, nur 2-2. Ja, aber auch zu Verbandsjahrzeiten hatten wir viele Spiele gehabt, wo wir dann gegen den Abstieg in die Landesliga kämpfen mussten oder natürlich auch das Spiel mit Mike, wo wir dann den Elber verhandelt haben, wie wir in die dritte Liga aufgestiegen sind, also im Laufe der Zeit. Also ich gucke jetzt seit 1985 mehr oder weniger jedes Spiel, da waren schon einige interessante Partien dabei gewesen, heim wie auch auswärts. Ja, also du hast ja jetzt dann damit auch fast alle Höhen und Tiefen mit dem Verein miterlebt. Dann würde ich dich auch mal direkt fragen, wie siehst du denn den aktuellen Kader für die kommende Saison? Wo siehst du Stärken und wo vielleicht auch ein paar Schwächen? Also ich persönlich sehe mich in der Offensive etwas schwach aufgebaut momentan. Also wir hatten ja vor kurzem, wenn du dich erinnern kannst, diesen schönen Grillabend bei der Viktoria gab, wo wir Ehrenamtler mal eingeladen worden sind und da hatte ich ja dann in den Raum geschmissen, dass die Offensive etwas schwach besetzt ist und dass die Leute mir nicht direkt mit dem Kanikelfangschlag geantwortet haben. Das war eigentlich schon fast alles gewesen. Also ich bleibe dabei, die Offensive könnte ein bisschen stärker besetzt werden, dadurch, dass wir natürlich auch einige starke Spieler verloren haben, die in der Offensive ganz gut waren. Ich sage jetzt mal nur noch Meister halt. Ja, Abwehr, muss man auch erstmal gucken, wie der Abgang von Siebert kompensiert werden kann. Ja klar, und dann natürlich das Mittelfeld mit Sonntimer. Ja, Marcel Risse und Mike Wunderlich, das sind natürlich auch namhafte Abgänge. Also ich bin echt mal gespannt auf die neue Saison. Dann auch darauf direkt, hast du vielleicht sogar schon einen ersten Eindruck über unsere Neuzugänge? Wie würdest du die bisher einschätzen? Also ich hatte mir bisher die Möglichkeit gehabt, das Spiel in Zündorf mir anzuschauen. Das ist natürlich kein Maßstab. Natürlich hat dann Brian Hennigs dann direkt schon das erste Tor gemacht, das war schon sehr auffällig. Dann die Woche später ja in Felbert, wo es so heiß war. Brian Hennigs macht für mich eine sehr gute Figur. Aber bei den anderen, wie gesagt, möchte ich noch keine Meinung mehr bilden. Also da muss ich es öfters gesehen haben, weil die anderen Spiele waren entweder unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewesen oder wie gesagt, ich hatte ein Spreewaldwochenende, da konnte ich mir das Spiel in Vendor nicht anschauen. Der Härte-Test wird natürlich jetzt am Samstag sein, beim Spiel gegen die holländischen Erzligisten. Ja, da werden wir uns ja auch wieder sehen. Jetzt, danach die Woche starten wir direkt mit der Liga gegen den SC Fair. Ja, da darfst du ja auch direkt kommentieren mit unserem Chris. Wie bereitest du dich darauf vor? Hast du schon gestartet oder machst du das zwei, drei Tage vorher erst? Also ich gehöre tatsächlich zu den Leuten. Ich habe jetzt mein Programm etwas geändert. Also früher habe ich komplett, habe ich nur mit Screenshots gearbeitet. Also wir haben ja, wie gesagt, unterschiedliche Leute bei uns. Der eine schreibt eine Klatte voll, der andere hat das alles im Kopf. Also ich habe immer mein Tablet dabei und habe früher eigentlich alles mit Screenshots gemacht und habe mich auch da wirklich gut vorbereitet. Aber in letzter Zeit habe ich angefangen, auch mir die Sachen schriftlich zu notieren. Das heißt, über Google kann man natürlich auch sein Tablet mit dem Notebook verbinden. Und dann schreibe ich mir sehr viele Sachen auf, die dann auch im Kopf hängen bleiben. Also das meiste, was ich da eintippe bzw. als Screenshot mache, brauche ich während des Spiels nicht mehr abzulesen. Das weiß man halt dann. Also ich brauche für ein normales Spiel, bin ich immer zwei Tage vorher im Einsatz. Schaue mal den Gegner an, die Statistiken an. Also ich bin ein Freund von Statistiken. Gucke, was bei uns im Forum im Fancenter steht. Ja, so bereite ich mich eigentlich auch auf dem Gegner immer vor. Und Verl ist halt auch eine besondere Partie, weil es das allererste Spiel war, was wir vom Fußballradio-Stell-Sieg auch übertragen haben. Und bisher habe ich eigentlich nur Siege gegen Verl kommentieren dürfen. Auch das letzte Heimspiel gegen Verl haben wir ja gewonnen. Also ich bin da sehr optimistisch für den Saisonauftrag und freue mich natürlich auch, mit meinem alten Freund Chris kommentieren zu dürfen. Ja, du sprichst es gerade an. Unser allererstes Spiel war direkt gegen Verl. Wie findest du bisher so die Entwicklung auch von uns als Radio? Was mich natürlich total freut, dass wir die Zuhörer haben, die auch das Projekt annehmen. Sei es im Stadion, wo halt Sehgeschädigte das Spiel sich anhören können, beziehungsweise auch übers Internet und auch die Möglichkeit, real live zu hören. Das heißt, was mich immer verwundert hat, dass es teilweise wirklich bessere Klickzahlen gibt nach dem Spiel, wo man eigentlich denkt, jeder weiß, wie das Spiel ausgegangen ist. Und dann gibt es immer auch dreistellige Klickzahlen für Spiele zu nachhören, was ich natürlich super finde. Die Qualität der Kombinatoren hat sich natürlich auch durch eine Art Sicherheit gesteigert. Also wir waren ja am Anfang sehr nervös gewesen, wie wir Tom Bayer hatten. Und jetzt behaupte ich einfach mal, die meisten freuen sich auf jedes Spiel zu kommentieren. Das ist klar. Und ich glaube, wir haben eine gewisse Sicherheit, dass wir wissen, selbst wenn mal was schief gehen sollte, dass man die Ruhe weg hat und notfalls auch den Gegenüber zurückgreifen kann, dass der dann halt das Spiel dann alleine kommentieren kann, wenn man gerade mal eine Schwächephase hat. Ja, du sprichst es an. Also ich finde auch, dass wir eine starke Entwicklung genommen haben, auch gerade mit YouTube, wo jetzt immer mehr Sachen kommen, wie jetzt das Shale Stuff oder eben dieser Podcast. Dazu muss ich ja auch sagen, dieser Podcast war ja eigentlich sogar deine Idee. Also einmal kurz zur Erklärung. Wir sind ja sechs Reporter und eben ich, der an der Technik sitzt. Und wir sieben treffen uns ja alle knapp zwei Monate. Wir sprechen, was gut und was auch schlecht gelaufen ist. Und da kann halt auch jeder mal seine Idee mitbringen. Und du kamst dann einmal mit der Idee von diesem Podcast. Jetzt würde ich von dir gerne wissen, wie bist du überhaupt auf diese Idee gekommen und wie zufrieden bist du auch mit dem Projekt Podcast? Ja, zufrieden bin ich auf jeden Fall. Also ich habe ja, wenn man so meine Vita ein bisschen guckt, habe ich ja schon bei der alten Viktoria, habe ich ja selbst schon angefangen, sei es Radio, sei es Videoberichte, Videointerviews zu machen, Podcast gemacht, nur halt wie gesagt alleine. Dann haben wir dann das Viktoria-Köln-Fancenter gegründet gehabt. Und dann habe ich dann immer mal wieder Bock gehabt, einen Podcast zu machen. Das habe ich dann meistens mit dem guten Chris gemacht, der auch immer ein sehr dankbarer Zeitgenosse ist bei solchen Sachen, der auch daran Spaß hat, was ja auch wichtig ist. Und ja, dann irgendwann habe ich dann mal gedacht, ja, jetzt haben wir unseren YouTube-Channel, den wir entwickelt haben, dass wir uns dann auch ein bisschen näher vorstellen können. Also die Leute haben mich auch immer darauf angesprochen, wer ist der, wer ist der, wer ist der. Und da habe ich mir dann gedacht, gut, das ist auch mal vielleicht mal interessant für die Leute festzustellen, wer ist hinter der Stimme. Und deswegen ist dieser Podcast, den wir zunächst erst nur gegründet haben, um uns selber vorzustellen, es sollten ja eigentlich auch nur sieben Folgen sein, ja, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Wir haben ja einige Ideen noch. Ja, so viel darf man verraten. Dazu kann man auch sagen, dass wir uns immer weiterentwickeln und mittlerweile auch bei Spotify zu hören sind. Genau, was ist dazu deine Meinung? Ist eigentlich ganz gut, oder? Ja, das Hauptproblem ist, was viele Leute gesagt haben, ja, wir finden YouTube super. Problem ist halt, man kann nichts anderes machen. Das heißt also, wenn du den YouTube, die App auffasst, kannst du auch nicht irgendwie was anders surfen noch halt. Und deswegen war bei uns die Idee gekommen, welche Alternativen haben wir noch zu YouTube. Einerseits ist das unser Channel, wo wir auch die Klickzahlen generieren, weil wenn wir zu viele Angebote machen, hat man dann halt weniger Klickzahlen, ist ja klar. Und bei Spotify gibt es natürlich auch die Möglichkeit halt, dass die Leute halt auch während des Podcasts mal ganz kurz eine Pause machen können oder eine halbe Stunde später weiterhören können, was bei dem YouTube-Channel natürlich nicht der Fall ist. Da kannst du wieder von vorne anfangen. Also das war, ja, eine sehr gute Idee gewesen von uns, eigentlich muss man sich das mal selber loben, dass das vielleicht jetzt umzusetzen ist. Aber es war die Idee halt von unseren Hörern, die gesagt haben, Jungs, lasst euch mal was anderes einfallen. Nur YouTube ist zwar schön, aber schwierig unterwegs zu hören. Ja, definitiv. Dann vorerst eine letzte Frage noch, bevor wir dann auch direkt zum Tippspiel kommen. Du bist ja jetzt Reporter fürs Radio, aber fährst gleichzeitig auch jedes Spiel mit, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Kommentierst aber natürlich nicht alle. Findest du, dass du die Spiele mittlerweile anders guckst, auch wenn du nicht reportierst? Also was hat sich da so für dich getan? Hui. Also, ich genieße halt, dadurch, dass ich früher jedes Spiel im Block 11 geguckt habe, vermisse ich natürlich beim Kommentieren die Leute. Das ist einfach so. Und deswegen habe ich auch gesagt, dass ich eigentlich Auswärtsspiele eher selten mache, weil ich dann lieber bei den Leuten im Block bin. Wenn ich bei den Leuten auswärts im Block bin, quatsche ich mit den Leuten ganz normal. Ich will nicht sagen, dass man da ein bisschen mehr Klugscheiß hat, aber man guckt ein Spiel tatsächlich anders. Also was ich tatsächlich durch das Radiokommentieren gelernt habe, das ist jetzt kein Witz, ich kann mir die Spieler jetzt besser merken. Also sei es die Laufwege, sei es jetzt auch, wenn da hinten einer 20 Meter, also wenn einer wirklich weit entfernt ist. Ich kann sie jetzt wirklich anders erkennen, die Spiele halt. Und ich weiß auch, wie sie laufen, wie die Seiten verschoben werden, alles. Das hatte ich vorher im Block 11 nicht gehabt. Und dadurch hat sich das Spiel, wie ich ein Spiel aufnehme, schon etwas verändert. Ja, finde ich auch. Vor allem auch wegen dem guten Platz, den wir auf unserer Pressetribüne haben, wo man das komplette Spielfeld sieht. Dass man das wirklich deutlich besser auch aufnehmen kann und sich somit auch merken kann. Das ist richtig. Also wie gesagt, manchmal, klar, du kannst natürlich, wenn du in der neuen Saison bist, hast du fünf, sechs, sieben neue Spieler als Fan. Dann hast du eine halbe Hinnrunde, dann weißt du genau, wer das ist. Beim Radio muss natürlich von Anfang an parat stehen. Du musst direkt sagen, wer ist das, wer ist das, wer ist das. Du weißt dann teilweise, das sind wir auch schon überlegen, wenn der Spieler sich warm macht, für wen kommt der aufs Spielfeld raus. Da haben wir ja auch unseren Spaß dran, wo wir dann immer mal gerne überlegen, wer könnte für wen reinkommen halt. Das habe ich wie gesagt im Block 11 früher nicht gehabt, diese Sichtweise. Ja, definitiv. Dann würde ich sagen, kommen wir aber auch direkt zu unserem Tippspiel, wo ich vorab noch sagen oder dich fragen möchte, weißt du überhaupt, wie das letzte Tippspiel ausgegangen ist, was auch wir beide bestritten haben? Du wirst lachen. Ich habe den Zettel dummerweise jetzt in einem anderen Raum liegen, aber ich meine, ich hatte damals gegen dich gewonnen. Aber wie gesagt, müsste ich nachschauen. Ich kann es dir sagen, du hast mich nämlich mit 8 zu 6 geschlagen, da du die Partie, welche war es hier, Aue gegen Saarbrücken, genau richtig getippt hast, mit einem 2 zu 1 für Aue. Somit, ich hoffe natürlich, dass ich dich diesmal schlagen kann, aber natürlich Glückwunsch einmal zu diesem Sieg von meiner Seite. Naja, blindes Huhn, ne? Wie gesagt, ich habe ja, mein erstes Tippspiel war ja gegen unseren guten Chris gewesen, da hatte ich gar keinen einzigen richtig gehabt. Da habe ich echt gedacht, diese Rubrik, die wirst du direkt wieder versenken, aber zum Glück bin ich immer da dran geblieben, wir haben ja meistens auch immer Spaß dran mit unserem Tippen und ich bin mal gespannt, was jetzt rauskommt. Ja, aber ich möchte nicht mit dir ganz langweilig nur den ersten Spieltag tippen, sondern ich habe auch noch eine andere Frage für dich. Welche drei Vereine, glaubst du, belegen denn die ersten drei Plätze am Ende dieser Saison? So, jetzt hast du mich natürlich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Gut, also ich gehe da mal von aus, dass Dynamo Dresden hochgeht. Ich vermute mal, Jan Regensburg wird eine sehr gute Rolle spielen. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen dritten Verein, der oben mitkickt. Wie gesagt, bei Bielefeld bin ich mir jetzt nicht so sicher halt. Wir haben also fast einen kompletten Kader, gerade mal zwei Mann aus dem alten Kader sind noch dabei. Boah, ja, ich sage jetzt einfach mal Saarbrücken. Ja, Dynamo Dresden und Saarbrücken habe ich als direkter Aufsteiger und ich habe Arminia Bielefeld tatsächlich als dritten noch. Aber da muss man natürlich gucken, wie die sich entwickeln. Aber dann starten wir direkt mit dem ersten Spieltag, der darf natürlich nicht fehlen. Und mit der Auftaktpartie Halle gegen Rot-Weiß Essen, was ist dein Tipp? Ja, ich bin mal gespannt. Die Essener, die haben ja letzte Saison groß rumgetönt gehabt. Also vor Beginn, ich hatte ja mal einen Podcast gehört gehabt, wo die Essener sagten, die ersten vier Spiele, da sind ja Gegner, die hauen wir mal schön weg. Das war ein Podcast gewesen von der Westdeutschen Zeitung. Und nachher hat sich herausgestellt, dass die Essener ganz unten waren. Ich glaube, der HFC und die Essener trennen sich 1-1. Okay, ich glaube ein 3-1 für Essen. Dann gehen wir direkt in die Samstagsspiele mit direkt einem Knaller. 68 München gegen Waldhof Mannheim. Ja, das ist wirklich ein Knaller. Und ja, für meinen Freund Robert, der wird vom Treppelwirt. Ja, ich befürchte, die Mannheimer werden das Spiel gewinnen, weil die 60er, die haben auch einen sehr großen Umbruch gehabt. Ich sage mal 1-2, leider. Ich tippe auch 2-1, aber für 18,60. Die Punkte würde ich dir gönnen. Dann starten wir, oder machen wir direkt weiter mit. Lübeck, Sandhausen, 0-2. Das glaube ich auch. Dann direkt der nächste Aussteiger. Preußen-Münster gegen Borussia Dortmund, 2. Ja, auf Preußen-Münster freue ich mich tatsächlich. Das ist eine der Mannschaften, die auch eine absolute Berechtigung mindestens in der dritten Liga haben, sehr viele Zuschauer haben. Ich bin mal gespannt, dass wir hier ein neues Stadion bekommen. Also das war immer sehr Oldschool gewesen, wenn wir in Münster waren. Ja, aber Dortmund 2 kann man, wie gesagt, sehr schlecht einschätzen. Sind die Spieler noch bei der Profi mit in der Vorbereitung oder nicht? Also ich sage mal 1-1. Ich glaube, da geht es direkt ab. 3-2 für Preußen. Dann Absteiger Jan Regensburg gegen den dritten Aufsteiger Unterhaching. Ja, 2-0 für Jan Regensburg. Also ich glaube, die Hachinger werden ein schweres Jahr haben in der dritten Liga. Und Jan Regensburg glaube ich schon, dass die auch wieder der Koch wollen. Also 2-0 für Regensburg. Ich tippe 1-1. Ich glaube, Hachinger erkämpft sich ein Punkt. Dann direkt zu einem Samstag 16.15 Uhr Spiel. Das ist ja auch neu. Dynamo Dresden gegen Bielefeld. Auch ein Topspiel. Jo, also ich glaube, die Bielefelder werden am Anfang Probleme haben. Das hatte Dynamo Dresden letztes Jahr nach dem Abstieg auch gehabt. Deswegen glaube ich schon, dass die Dresdner das Spiel gewinnen werden. Ich sage einfach mal, ja, 2-0 für Dresden. Ich glaube auch, dass Dresden das relativ sicher macht. Aber ich habe ein 3-0. Oder ich sage ein 3-0. Dann gehen wir direkt auf den Sonntag. Da spielt Ulm gegen Saarbrücken. Ich weiß halt nicht, wie weit die Ulmer noch eine gewisse Aufstiegseuphorie haben. Aber der Kader, ich bin also, ich glaube schon, dass die Saarbrücker abgewichster sind als die Ulmer. Ich glaube, ein knappes 1-0 für Saarbrücken. Ich glaube, Saarbrücken startet direkt souverän und kann das bis zum Ende halten. 3-1 Saarbrücken. Dann Sonntag 16.30 Uhr spielt der Sportclub Freiburg 2. gegen den MSV Duisburg. Tja. Erstes Jahr Bayern München 2. Meister gewonnen, danach abgestiegen. Freiburg letztes Jahr. Jut, sie sind jetzt schon das zweite Jahr oder dritte Jahr in der Liga. 1-0 Freiburg. Da glaube ich an ein 2-0 für Freiburg. Dann das vorerst letzte Spiel. Sonntag 19.30 Uhr. Eine sehr interessante Anschlusszeit. Erzgebirgeau gegen Ingolstadt. Ja, du sagst natürlich jetzt sehr interessante Anschlusszeit. Ich finde diese Anschlusszeit eine Katastrophe. Das heißt, selbst für einen Heimfan kommt man erst spät nach Hause. Selbst wenn die Viktoria in Duisburg spielen wird, da käme man nicht vor 10, 11 Uhr nach Hause abends. Also ich finde diese Anschlusszeit eine Katastrophe für einen Sonntagabend. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja, Aue. Ingolstadt ist natürlich auch wieder so eine Truppe. Ich sag mal 1-1. Ja, ich glaube an ein 2-1 für Ingolstadt. Und die Sonntag 19.30 Uhr Zeit. Man hat sich jetzt erst gefreut, dass das Montagsspiel endlich wegfällt. Aber mit Sonntag 19.30 Uhr ist ja jetzt nicht so viel Neues passiert. Dann tippen wir aber noch zu guter Letzt natürlich unser erstes Ligaspiel. Gegen den Sportclub Verl. Jo, ich kann mich jetzt spontan nicht an eine Heimniederlage groß erinnern gegen Verl. Wird wahrscheinlich dennoch mal gewesen sein. Seitdem wir kommentieren, gab es nur Siege zu Hause gegen Verl. Und wir werden auch diesmal wieder gewinnen. Ich sag einfach 2-0 locker flockig. Ich glaube an ein 2-1-Sieg. Dann Tickets für unser Spiel findet ihr natürlich wie immer auf unserer Homepage unter viktoria1904.de. Und wer es am Samstag nicht ins Stadion schafft, kann wie bei jedem Pflichtspiel der Viktoria live beim Fußballradio-Sieg zuhören. Da werden ab 13.15 Uhr, wie bereits gesagt, Chris und Daniel live gehen. Und wer kein Ticket für die Pokalpartie gegen Werder Bremen mehr bekommen hat, auch der kann selbstverständlich natürlich bei uns zuhören. Der Link zum Livestream, wie gewohnt, auf unserer Homepage. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende. Und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Daniel, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, danke dir, Felix, für die Einladung. Und dafür, dass es dein erstes Interview ist, ich sag es einfach mal so raus, hast du es sehr gut gemacht, Felix. Dankeschön. Danke. Und ich bedanke mich auch bei allen fürs Zuhören. Und damit würde ich sagen, bis Samstag. Bis Samstag. Ciao. Bis zum nächsten Mal.